Leute was geht, heute spiele ich zum allerersten mal den Playstation Cup, morgen ist auch direkt der Playstation Cup mitbauen, beide sind in Solo, ich denke ich habe aber mehr Möglichkeiten mich zu qualifizieren im Null-Bauen-Karweil mitbauen, ich streame jeden Tag zur Zeit mindestens 8 Stunden auf Twitch, erster Link in der Beschreibung, kommt da gerne, gerade ist auch September, also ein Sub kostet zur Zeit nur 3 anstatt 5 Euro und damit supportet ihr mich extrem extrem krass. Abo und Like auf dem Kanal nicht vergessen und noch viel wichtiger Creator Code Aua, denn wir machen voll oft Custom Games mit Preisgeld, ich habe meine erste eigene Map, hier ist der Code, macht genau jetzt ein Screenshot und spielt diejenigen, die es schaffen 1000 Kills auf der Map zu machen, das ist eine Free For All Map, das spawnt ihr immer wieder, die macht richtig viel Spaß und ich werde auch heute auf deren Video aufnehmen und deswegen spielt unbedingt diese Map und wenn ich euch dort treffe, seid ihr Ihr im Video und alle die 1000 Kills auf der Map machen, werden zu 100% von mir geaddet und noch viel viel wichtiger, der am Ende des Monats, also am 1. Oktober, allermeisten Kills auf dieser Map hat, bekommt meine Creator Code Einnahmen vom letzten Monat, deswegen supportet kein Mord und jetzt viel Spaß mit der ersten Runde. Was habe ich? Ja Bruder, ich sterbe an so einem Let's go Weiß, dass da einer drin ist Ah ok Top 10 dümmsten Entscheidungen meines Lebens, Bruder, was mache ich da? Wieso, wieso komme ich nicht auf die Idee, dass wenn ich das jetzt mache, werde ich fully gelasert Hä, wie dumm Anscheinend noch keiner hier Gut Beste Pose Gesichert Bitte nicht in mir landen Aus Ja, was soll ich denn machen? Ah, ich glaube, ich glaube, ich weiß mein Play Chat, ich weiß mein Play Ich weiß mein Play Ich werde die Splashies ausspielen und dann laufe ich mit Spray rein Mach mal ein Mikro Gleich, 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 ich muss mich kurz konzentrieren Ich leg meine AR einfach weg 200 die Kuh in den Chat Jetzt sterben alle Jetzt habe ich High Ground Jetzt gebe ich mir noch einen Slurp Bin so verdammt schlau, Mann Mythischer MK Herr damit Ich bin so verdammt schlau, Mann Gechoked Arsche Ola Jetzt oder nie Hast du kommt Ah Hasnan, Digga Hasnan Äh Selfmade Was ist das denn? Hast du Hast du Stark Mit Pizza Händen Ah Boah, schmiedest du doch nicht an der Hose ab Ohne Charme Jeder ist getriggert, dass du die Pizza nicht schneidest Die Pizza sieht gut aus, die Pizza ist auch wirklich lecker Da kannst du nicht summen Ich springe aber erst wenn die Subs schon da sind Sonst werde ich gescannt True Gute Geschäftsfrau Zuerst das Geld Dann die Dienstleistung Spaß Ja, heute ist nur ein Spaß Mais Aber Leute Ich weiß nicht mehr Ich weiß nicht mehr Gal catastrophic Wann Niç Wirklich was hast du für ein Problem Richtige Hunde, alle schauen auf mich Aufwärmst Jetzt grieft ihn Er war mir ein bisschen zu frech What the dog, dude Stark Bruder Kartoffel, ey What the sucks Was ist das denn für ein Fake? Ich weiß doch selber nicht, ich wollte nicht dagegen springen Ich hätte so viel mehr rausholen können, Endgame popel ich immer so hart Wo ist der hin? Chat, ich hab Lowkey gar keine Ahnung, wo der hin ist Mein Brot ist weg Nein Bro, diese Tommy Gun ist es einfach nicht Bro, du kannst da landen Du kannst alles überleben Du kannst dich W-Kin Aber beim Endeffekt ist es ein Fehler Da ist die Sau Da ist wieder die Sau Komm Uli Da unten ist auch ne Sau Uli die Schweine Heißt ja halt nur mit Ali und M steht vor Schatz, bitte Schatz, bitte Alter, was geht da? Ich kann nicht leute sein Digga, was riechst du an mir? Du stinkst Ist mir egal Komm Stark Jetzt hol die letzte Sau Da ist er Komm Top 10 dümmsten Plays Komm Komm, den hast du Du bist besser als Geld Ah, schade Egal Gute Runde 114 Punkte, Chat 114 Punkte, Chat Top 2 wichtig Let's go, Chat Let's go, Chat 15 Punkte für Quall Oder ich geh in dieses Gebüsch hier Hallo Leck mir die Klöten Denn meine Klöten Tun so weh Oh Mann, oh Mann, oh Meter Ja, ja, ja Ja, ja, ja Hey, hey, yeah Warte einfach gehen mit der Ziplein Hey, warte Nachdem du geblutet hast Oh Mann, oh Mann, Digga No seek him, no seek him, no seek him No seek him, ich werd von no seek him geholt Oh Digga Ja, mal angenommen Ich hol Win Mit Island Warte, wie viel ist Win? Gibt Island Safe Warte mal kurz Ja, Island gibt 15 Habe ich gelesen Sicher? Ja Also auf Track Ich hab das Chat gibt Island 15 Punkte Ich muss wissen Es geht um Quall Ich muss Win mit Island holen Dann bin ich Quall Soll ich mit Rambok Oder einfach laufen? Ja Obwohl, jetzt wird's Ordnung Löst Ich heiße auf den Gate Erstmal hier Dich Ja, Bruder Oh Mann, Digga Ja, Bruder, er hat Snapback Er hat Montana Blackcap, Digga Oh Mann, Alter Das triggert mich